1880 als klassische Seilerei in Süßen gegründet, beschäftigt die Karl Stahl Unternehmensgruppe heute mehr als 1700 Mitarbeiter an 65 Standorten weltweit. Hier entstanden 1989 die ersten X-Tent Edelstahl-Seilnetze für Outdoor-Möbel, aber seine Vielseitigkeit führte das Seilnetz aus Edelstahl in andere Dimensionen. 1994 entstand das erste Leopardengehege mit X-Tent im Zoo Köln. Seit 2016 realisiert die Karl Stahl ARC GmbH nun als eigenständige Unternehmung mit der Erfahrung von über 30 Jahren beeindruckender Architekturprojekte auf der ganzen Welt. Von der Beratung, Planung über die statischen Berechnungen bis hin zur Herstellung und Montage ist Karl Stahl ARC der kompetente Partner von Architekten, Unternehmen und Bauherren rund um das Thema Edelstahl-Seilnetze. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Seilsysteme aus Edelstahl für diverse Anwendungen, wie Absturzsicherungen, dekorative Geländerfüllungen, begrünte Fassaden oder konstruktiven Ingenieurbau. Die Lösungen überzeugen dabei stets durch Qualität und Ästhetik. Mit X-Led schreibt Karl Stahl ARC die Erfolgsgeschichte weiter und positioniert sich erneut als Innovationsführer. Bewegte Bilder, eindrucksvolle Lichtarchitektur und die Brillanz von 16,5 Millionen Farben fesseln jeden Betrachter. Mit über 140 Jahren Unternehmensgeschichte sichert das Familienunternehmen noch heute die Wertschöpfungskette mit eigener Produktion in Europa und steht für Vielfalt und Nachhaltigkeit. Das unterstreichen nicht zuletzt die fünf Bienenvölker auf der eigenen Blumenwiese.